Herzlich willkommen zu Frag die Anwälte. In diesem Video-Format, in dem wir eure Fragen an sechs Anwältinnen und Anwälte stellen. Hi. Hi. Hallo Julia. Hallo. Du bist der Cannabis-Anwalt. Ja, das könnte man so sagen. Ich meine, der Job heute sieht komplett anders aus als vor 15 Jahren. Muss auch niemand Angst um seinen Job haben, weil es jetzt Legal Tech gibt. Krypto, Blockchain, Notariat. Den ganzen Hittenkram. Du musst dir Prioritäten setzen, musst dir die Räume schaffen. Sponsoring, Mentoring, einfach die Begleitung. Damit aus dem Team ein gutes Anwaltsteam wird. Ich glaube, Leistung und Leben muss Hand in Hand gehen. Was ist dein einer Tipp für die Examensvorbereitung? Ich glaube, das macht einen guten Anwalt aus.